Beim Saisonabschluss der zweiten Bundesliga hieß es noch einmal Tore, Tore, Tore. Beim Derby gegen die Stadtrivalen vom Turn- und Sportverein Lichterfelde siegten die Herren vom TC Blau-Weiß mit 5 zu 4. Heute haben wir es halt endlich geschafft, uns mal zu belohnen für das, was wir jetzt auf jeden Fall in den letzten sechs, sieben Wochen uns erarbeitet haben. Mit dem Stand von 1 zu 1 ging es in die Halbzeit. Zur entscheidenden Phase sollten jedoch die letzten zehn Minuten der Partie werden. Insgesamt sechs Mal fand der Ball den Weg ins gegnerische Tor, wie hier durch Moritz Kielitz. Und ein paar Gegentore sind halt einfach ein bisschen ärgerlich gewesen, weil wir nicht wach genug waren. Auf jeden Fall hat man jetzt den Effekt gesehen, den wir hatten, dass wir was gelernt haben, was wir uns verbessert haben. Im Januar geht es für die Herren, die die Saison auf dem achten Platz der Tabelle beenden, um den Vergleib in der zweiten Bundesliga. Mit dem Ziel des Klassenerhalts soll es dann auch in den Playgrounds Tore, Tore, Tore heißen.